Herzlich Willkommen bei S120VTV Ja, auf dem Weg rüber habe ich hier was entdeckt und dachte ich mir, muss ich die Sonne gleich mal einschalten Vom Bullersteg sehen wir da bestimmt noch ein bisschen mehr Den überqueren wir auch gleich, aber vorher erst noch mal diese Flucht Der Blick hier längs, also Verschwenkung, Verschwenkung der B14 ist durch Jetzt fließt der Verkehr links und hier kann man demnächst diese Stahlträge entfernen und das sind ja nicht nur die senkrechten Stäbe wie berichtet und gefilmt sondern da ist ja die freitragende Fahrbahn mit beteiligt so 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 es gibt's noch Auffüllmaterial aus Das Dach der neuen Hallestelle Staatsgalerie wird mit dem Material bedeckt. Und links sehen wir jemanden unten in der Grube. Die Seitenwand muss natürlich, oder der Spalt zur Seitenwand, das muss natürlich auch alles aufgefüllt werden. Der muss vielleicht nicht, denn wir wollen ja da auch die alte Hallestelle abbauen. Schauen wir mal, was da so passiert. Aber mit Schauen ist leider nicht mehr viel, außer man will Schnee sehen. Jetzt laufen wir mal hier rüber, hinter dem Planetarium. Da sind diese beiden Kartonpumpen fleißig. Danke fürs Zuschauen und bis gleich! Bis gleich!